Ich erkläre jetzt das Beispiel vom Motorradfahrer in der Kurve, und zwar einmal mit der Zentrifugal, einmal mit der Zentripetalkraft. Ich fange mal mit der Fugalkraft an, also ein bisschen größer. Also die Kräfte, die gelten auf alle Fälle. Ich fange mal am Schwerpunkt an, nach unten die Gewichtskraft, also FG. FG gleich M mal G, so ein Motorrad ist schwer. Und er fährt ja so eine Kurve hier, wenn er sich so reinlegt, genau. Und deswegen hat er das Gefühl, als würde so nach außen eine Zentrifugal, mal ein bisschen schöner, so, ein bisschen gerader, wenn ich schon linear habe, als würde hier nach außen so eine Zentrifugalkraft wirken. Und gefragt ist bei diesen Aufgaben immer üblicherweise dieser Winkel, mit wie viel Grad muss er sich in die Kurve reinlegen, wenn meistens ist die Geschwindigkeit gegeben, also die Geschwindigkeit, dann der Kurvenradius, vielleicht noch Masse oder sowas. Und ich verlängere, ich brauche ein Kräfteparallelogramm, ich verlängere diese Linie. So, und dann zeichne ich auch noch diese Linie, so ein Parallelogramm und geht er hoch. Und dann kann ich das hier so radieren, weil die Zentrifugalkraft ist so, dass das genau ein Parallelogramm ist. Und hier habe ich Fz. Und der Winkel Phi, der ist hier nochmal drin und es gibt ein gelbes Dreieck mit einem rechten Winkel. Und jetzt gilt Tangens Phi ist Gegenkathete zu Ankathete. Also das Fg ist ja hier nochmal drin, das ist alles gleich lang. Hier ist nochmal Fg und das ist Fz und damit ist es Fz durch Fg. Gut. Und jetzt die gleiche Geschichte nochmal mit der Zentripetalkraft. So, also da habe ich jetzt wieder eine Gewichtskraft, die gilt immer. Die gilt immer vom gleichen Schwerpunkt, geht immer nach unten. Und der macht wieder also diese Kurve, die... Und jetzt sagt, wenn von außen betrachtet, braucht es eine Kraft nach innen. Ja, eine Kraft in diese Richtung. Und jetzt wieder verlängern und irgendwie ein Parallelogramm zeichnen. Also wenn die Gewichtskraft hier aufhört, dann mache ich hier das Parallelogramm. Und hier so schön ungefähr parallel. Ja. Und dann sehe ich, wie lang ist das Fz. Das ist hier Fz. Und dann ist das hier auch Fz. Und dann ist der Winkel, den ich da habe, dieses Phi. Ja, das ist so. Hier ist dieses Phi. Das steckt dann auch hier drin. Weil das ist 90 Grad minus Phi. Und dann habe ich wieder ein gelbes Dreieck. Und Tangens Phi ist gegen Kathete zur Hypotenuse. Gegen Kathete zur Ankathete hier. Die Ankathete ist wieder Fg. Ja, und damit habe ich das Gleiche. Tangens Alpha ist Fz durch Fg. So, weiter geht's. Die Formeln. Also eine Frage vom Standpunkt. Oder in dem Fall Phi. Also nicht Alpha, sondern Phi. Die Phi ist Tangens hoch minus 1 von mv² durch r. Das ist meine Zentrifugal-Zentripetal-Formel. Durch m mal g. Ja, das ist meine Gewichtskraft. Die Masse kürzt sich. Die muss gar nicht gegeben sein. Und jetzt kann ich hier, wenn ich auf Deck schalte, einfach Radiusgeschwindigkeit und das sind 9,81. 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Eintippen. Fertig. Shift Tangens. Winkelhipft raus. Hab's.